EM-Rente. Anteil der psychischen Erkrankungen nimmt deutlich zu. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Über 180.000 Menschen haben im Vorjahr 2021 wegen psychischer Leiden eine Reha bei der Deutschen Rentenversicherung beantragt. Betroffen sind vor allen Dingen Frauen. Ein Grund für den Anstieg ist, dass psychische Erkrankungen jetzt nach Aussagen der Deutschen Rentenversicherung wohl besser erkannt werden und damit häufiger diagnostiziert werden. Und damit natürlich auch die Zahl der Anträge bei der Reha bei der Deutschen Rentenversicherung immer mehr steigt. Und was wir in unserer Kanzlei wirklich beobachten können, dass der Arbeitsschwerpunkt bei uns seit ca. zwei Jahren im Bereich der Renten wegen Erwerbsminderung tatsächlich immer mehr im Bereich der psychischen Erkrankungen liegt. Das heißt also bei uns in unserer Kanzlei bearbeiten wir immer mehr Fälle von Menschen, die wegen psychischer Erkrankung nicht mehr arbeiten können und so schwer krank sind, dass sie auch tatsächlich für längere Zeit aus dem Erwerbsleben ausscheiden werden oder schon ausgeschieden sind. Was uns in den Zahlen, die wir hier bearbeiten, jährlich sehr klar wird, ist, dass es sich sozusagen immer mehr um Menschen handelt, die in Leitungsfunktionen sind, die auf Management-Ebene arbeiten, aber natürlich auch viele Frauen. Das haben wir auch festgestellt. Aber der Anteil der Männer bei uns wird auch immer höher. Das heißt also, eine ganz schwerwiegende Entwicklung und wir können nur sagen, wenn die Möglichkeit besteht, dann sollten Sie als Betroffene, wenn die Möglichkeit besteht, nach Rücksprache auch mit Ihren behandelnden Ärzten, mit Ihren behandelnden Psychiatern, mit Ihren behandelnden Psychologen prüfen, ob nicht eine Reha-Maßnahmen bei der deutschen Rentenversicherung oder bei Ihrem Rentenversicherungsträger tatsächlich sinnvoll ist und auch zu einem Ergebnis führt, das Ihnen den Wiedereinstieg in Ihr Erwerbsleben möglich macht. Aber unsere Erfahrung zeigt, und das ist leider so, dass viele Menschen, die psychisch erkrankt sind, so akut erkrankt sind, dass sie gar nicht in der Lage sind, eine Reha-Maßnahme durchzuführen. Aber Sie kennen ja diesen Spruch, Reha geht vor Rente. Man sollte zumindestens diese Möglichkeit nicht außer Betracht lassen. Wir können nur sagen, dass die psychischen Erkrankungen neben den neurologischen Erkrankungen und den Krebserkrankungen den Hauptteil aller Erkrankungen ausmachen, die Ursache für eine Rente wegen Erwerbsminderung sind. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. 12% 14h 156